Ich habe mir aus einem alten Gummiwagen ein Tiny House gebaut. Das letzte Mal habt ihr gesehen, wie ich die Dusche eingebaut habe, aber jetzt ist einige Zeit vergangen und ich habe das Ding fast fertig gebaut. Ich nehme euch jetzt einfach mal mit rein und zeige euch, was ich jetzt hier verbaut habe. Ein Gummiwagen ist ein landwirtschaftlich genutzter alter Hänger, der hier ist aus den 50er Jahren. Mit dem hat man Stroh, Heu oder Holz transportiert. Die Dinge fahren in der Regel nicht schneller wie 25 kmh, da ist dann Schluss. Die haben auch keine richtige Federung. Ich habe das ganze Holz runtergeräumt und habe dann darauf einen Kasten gebaut mit einer Breite von 2,30 m und lang ist das Ding jetzt mit dem Anbau ca. 5,70 m und da ist alles drin verbaut. Die Küche hier hinter mir ist eine alte Ikea-Küche. Ich habe sie ein bisschen aufgehübscht und grün gestrichen. Dabei ist mir dann aufgefallen, den Tisch hier, was ein Klapptisch ist von Ikea, kann sie gleich mitstreichen, sieht alles insgesamt ein bisschen schöner aus. Ihr seht hinter mir, das Waschbecken, das ist eigentlich aus dem Badbereich ein Waschbecken und kein Spülbecken. Der Vorteil ist, da es auf der Arbeitsplatte sitzt, habe ich unter der Arbeitsplatte nur ein bisschen Platz benötigt für die Ablaufgarnitur und nicht wie bei einem Spülbecken insgesamt viel mehr Platz und weniger Schubladentiefe. Ich habe ja kaum Stauraum hier in den Dingen, unterm Bett kann ich ein bisschen was machen und auch hier in den Küchenschränken, weil für zwei Personen braucht man ja auch nicht so viel Küche. Kann man seine Sachen hier auch noch in den tiefen Schränken unten reinpacken. Kochen tut man mit Induktionskochfeld, zwei Platten, das ist ganz einfach, kein Gas, einfach in die Steckdose rein und man braucht deswegen dann auch keine Gasprüfung, was sehr sinnvoll ist. Hier innen haben wir eine Spannweite von 2,05 Meter und auch die Länge haben wir 3,85 Meter. Das Ganze hat ja ein Pultdach, damit der Regen auch gut ablaufen kann und kein Satteldach, wie das bei vielen Tiny-Häusern ja so üblich ist. Um in das Bett zu kommen, muss man mit der Leiter, die man einfach hier vorne einhängt, nach oben steigen. Hier oben befindet sich eine Matratze mit 2 Meter Länge und 1,40 Meter Breite, also ausreichend Platz, um zu zweit hier zu schlafen. Ich habe hier oben ringsherum drei Fenster installiert, die ich auch wunderbar öffnen kann, damit hier immer schön frische Luft reinkommt. Ein Fliegengitter davor muss ich noch bauen, aber das hat noch ein bisschen Zeit. Meine Tochter hat mir bestätigt, dass es so gut wie keine Mücken hier oben gibt. Das solltet ihr auf keinen Fall vergessen, falls es mal brennt, damit ihr geweckt werdet und nicht im Schlaf erstickt. Sollte man doch mal zu dritt sein, dann habe ich hier noch eine Schlafcouch. Ich glaube, das ist die kleinste Schlafcouch der Welt. Sie hat 2 Meter mal 70 Zentimeter, aber eine erwachsene Person hat darauf ausreichend Platz. Kissen drauf und schon kann man schlafen. Oh Gott, oh ja, das würde ich jetzt ganz gerne, mal eine halbe Stunde schlafen. Oh ja, cool. Hinter dieser Barnschiebetür befindet sich das Bad. Dusche und WC, ein kleines Handwaschbecken, das muss reichen. Das Klo ist ein separat Trockentrenntoilette mit einer Absaugung. Der Vorteil ist, dass man so leichten Unterdruck in der Toilette hat und somit kein Gestank im Innenraum ist. Der Vorteil an einer Trockentrenntoilette ist, dass man Pipi und Feststoff voneinander getrennt hat und somit fängt das Zeug nicht ganz so an zu stinken. Den Feststoff kann man dann später einfach separat auf den Kompost bringen und später wieder verarbeiten oder man tut ihn mit dem Hausmüll entsorgen. Das Pipi, das kann man verdünnt dann den Garten düngen, die Blumen düngen. Das geht also sehr gut, soll sehr gut sein oder man tut es einfach wegleeren. Seien wir mal ehrlich, die Tiere, die pinkeln auch überall hin. Und wenn das nicht überhand nimmt, dann ist das, glaube ich, auch ganz in Ordnung. Ansonsten sollte man das einfach in die Grube leeren oder in das normale Abwasser von einem Haus. Der Durchlauferhitzer ist ein einfacher seiner Art. Er hat zwölf Liter Durchlaufvermögen in der Minute und wird mit einfachem Propangas, also Campinggas, betrieben. Man braucht auch keine extra Stromquelle, sondern es gibt nur eine Batterie da drin, um den zu zünden. Das heißt, wenn ich meinen Wasserhahn drinnen aufdrehe, Dusche oder Waschbecken warm aufdrehe, dann springt das Ding automatisch an. Regeln kann ich hier nur den Gasdurchfluss, also sprich die Flamme größer oder kleiner machen und den Wasserdurchfluss, nicht mehr so viel Wasser durchlaufen lassen, dafür wird es dann ein bisschen heißer. Das wird aber einmal eingestellt und dann ist es eigentlich gut so. Man muss da nicht viel dran machen. Man hat hier noch eine Sommer- und Wintereinstellung, um ein bisschen Gas zu sparen. Aber das war es auch schon. Einfach eine ganz einfache Sache. Zu beachten ist nur, dass das Ding in außen hängen muss. Ich kann hier jetzt noch so leicht den Kasten drumherum bauen, um einen Witterschutz zu haben. Aber es muss unten offen sein, es muss oben offen sein, damit hier immer Luft drumherum ist, damit man das Ding nicht um die Ohren fliegen kann. Erster Punkt. Zweiter Punkt. Damit hier keine Gase austreten, also sprich die CO-Gase, dass man daran nicht erstickt. Muss das Ding außen hängen. Ich benutze in dem Tiny House einfaches Regenwasser, welches ich auf dem Dach auffange und in drei Regenfässer dann einfach sammle. Ich sammle das Regenwasser über meine Dachrinne in einen Regenfass. Ich habe hier drei Stück davon stehen. Ich muss die Abdeckung immer wegmachen, weil da sonst Mücken reingehen und das will man ja nicht. Hier sieht man den Filter. Das ist ein 5-Mü-Filter, der vor der Pumpe nochmal steckt. Darüber wird dann angesaugt und gleich gefiltert, damit da keine feinen Schwebstoffe und sowas drin sind, die mir dann später die Dusche verstopfen. Für Kaffee kochen und sowas nehme ich sowieso Trinkwasser und kein Regenwasser, sonst müsste man erst eine Osmoseanlage einbauen. Das könnte man aber auch noch machen. So ein Hauswasserwerk hat den Vorteil, dass es einen Druckschalter hat und immer wenn ich den Wasserhahn aufdrehe und der Druck abfällt, dann springt das Gerät hier draußen an. Also es hat noch einen kleinen Kessel hier mit 20 Liter, hat so einen kleinen Puffer, dann springt es sich ganz so schnell an, aber eigentlich ist das wurscht. Er liefert einfach Druck nach, wenn der Druck fällt. Das merke ich dann innen beim Duschen überhaupt nicht und auch beim Waschen, das läuft in einem durch. So ein Hauswasserwerk ist selbst ansaugend, das heißt ihr könnt auch die Tanks tiefer lagern und müsst es nicht von oben drüber laufen lassen über die Pumpe. Das funktioniert einwandfrei bis zu einer Tiefe von 5 Meter mal auf alle Fälle. Beheizen wollte ich das Tiny House ja mit dieser Dieselstandheizung, das mache ich aber nicht, ich reiße das Ding raus. Es wird später nochmal einen Film darüber geben, ich werde eine Klimaanlage einbauen in Werther, die auch heizen kann. Das macht mehr Sinn heutzutage und deswegen wird es nicht mehr in Betrieb genommen, sondern wird ausgebaut. Damit bin ich schon wieder am Ende. Ich habe euch gezeigt, wie das jetzt hier drin aussieht und kann euch sagen, hier zum Beispiel die Laibungen, die müssen noch verkleidet werden. Das ist das, was hier innen drin noch aussteht. Meine Tochter hat das Ding jetzt schon, ich glaube 3, 4, 5 Tage mal ausprobiert, inklusive Duschen und allem drum und dran, funktioniert das einwandfrei. Ich bin sehr zufrieden mit meinem Ergebnis, aber es ist noch sehr viel Arbeit, was ich jetzt außen noch habe. Ich muss die Terrasse jetzt noch bauen, die ich da haben möchte. Wir haben schon eine Grünanlage angelegt, wir haben Thujas schon oben gepflanzt an dem Grundstück hier. Aber trotzdem ist es eigentlich so gedacht, dass man das Ding immer noch wegziehen kann. Was ich mit Sicherheit auch mal machen werde, mit einem Traktor bloß rausziehen, werde ich es ganz sicherlich nicht alleine. Da lasse ich mir, den Spaß gönne ich mir. Ich werde meinen Bauern da kommen lassen, der das auch wirklich kann, bevor mir das Ding umkippt. Ich habe da so ein bisschen Schiss davor. Ja, ich wünsche euch jetzt noch einen schönen Tag. Viel Spaß und ich hoffe, ihr abonniert den Kanal, wenn ihr es noch nicht getan habt. Und bleibt mir treu. Bis bald, euer André. Bis bald, euer André.